Der Landkreis Stockach war ein Landkreis in Baden-Württemberg, der im Zuge der Kreisreform am 1. Januar 1973 aufgelöst wurde. Geografie, Lage Der Landkreis Stockach lag im Süden Baden-Württembergs. Geografisch hatte der Landkreis Stockach im Norden mit dem sogenannten Badischen Heuberg Anteil an der Schwäbischen Alb. Das südliche Kreisgebiet gehörte zum Hegau und reichte bis an den Überlingersee des Bodensees. Die Kreisstadt Stockach lag im Süden des Kreisgebiets. Nachbarkreise Seine Nachbarkreise waren 1972 im Uhrzeigersinn beginnend im Norden Balingen, Siegmaringen, Überlingen, Konstanz, Donau, Eschingen und Tuttlingen. Geschichte Das Gebiet der späteren Landkreises Stockach gehörte vor 1800 zu verschiedenen Herrschaften, darunter Vorderösterreich. 1810 kam das Gebiet an Baden, das zunächst mehrere Ämter, darunter die Ämter bzw. Bezirksamter Pfohlendorf, Überlingen, Herdwangen, Messkirch, Städten und Stockach bildete, die sich im Laufe der Geschichte mehrmals veränderten bzw. teilweise aufgelöst wurden. Sie gehörten zum Siegkreis. Übrig blieben zunächst nur die Ämter Messkirch, Stockach und Überlingen im Landeskommissärbezirk Konstanz. 1936 wurde das Amt Messkirch aufgelöst und seine Gemeinde in dem Oberamt Stockach angegliedert. Daraus entstand 1939 der Landkreis Stockach, der nochmals geringfügig verändert wurde. Nach der Bildung des Landes Baden-Württemberg 1952 gehörte der Landkreis Stockach zum Regierungsbezirk Südbaden. Durch die Gemeindereform ab 1970 veränderte sich das Kreisgebiet in zwei Fällen. Am 1. September 1971 vereinigte sich die Gemeinde Heinstetten mit der Stadt Messstätten Landkreis Balingen und verließ somit den Landkreis Stockach. Am 1. April 1972 wurde die Gemeinde Beuren an der Aach mit der Stadt Singen, Landkreis Konstanz, vereinigt und verließ damit ebenfalls den Landkreis Stockach. Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 wurde der Landkreis Stockach aufgelöst. Seine Gemeinden gingen überwiegend im vergrößerten Landkreis Konstanz auf, der damit Rechtsnachfolger des Landkreises Stockach wurde. Die Gemeinden im nördlichen Kreisgebiet wurden dem vergrößerten Landkreis Siegmaringen angegliedert. Vier Gemeinden kamen zum Landkreis Tuttlingen und zwei weitere zum Zollernalbkreis. Die Gemeinden des ehemaligen Landkreises Stockach gehören seitdem zu den Regierungsbezirken Freiburg und Tübingen. Einwohnerentwicklung Alle Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse Politik Landrat Die Oberamtmänner bzw. Landräte des Bezirksamts bzw. Landkreises Stockach 1806 bis 1972 1806 bis 1808 Gianluca Carmona Fidel Burkhardt 1809 bis 1810 Immanuel Hartmann 1810 bis 1811 Johann Baptist Sebastian Freiherr von Sonnenthal 1811 bis 1819 Karl Müller 1819 bis 1826 Martin Moss 1826 bis 1842 Vincent Sextein 1842 bis 1848 Josef Rieder 1848 bis 1850 Marquardt Georg Metzger 1850 bis 1852 Otto Leopold 1852 bis 1860 Markus Klein 1860 bis 1876 Berthold Hatz 1876 bis 1882 Theodor Klaus 1882 bis 1886 Alexander Pfisterer 1886 bis 1888 Albert Gauthier 1888 bis 1893 Julius Becker 1893 bis 1898 Gustav Alt-Felix 1899 bis 1902 Gustav Arnold 1903 bis 1906 Hermann Korn 1906 bis 1908 August Meyer 1908 bis 1919 1909 Friedrich Pfaff 1909 bis 1921 Adalbert Steele 1921 bis 1922 Helmut Müller 1922 bis 1931 Alfred Hagen-Nunger 1931 bis 1935 Max Dittler 1935 bis 1936 Gustav Schulteis 1936 bis 1937 Rudolf Goldschmidt 1938 bis 1945 Wilhelm Heft 1945 zu minus 1945 Felix Becker 1945 bis 1947 Wilhelm Liebherr 1947 zu minus 1947 Friedrich Leiser 1948 bis 1954 Karl Wilhelm Kraut 1955 bis 1972 Viktor Huber von Gleichenstein Wappen Das Wappen des Landkreises Stockach zeigte in von Gold und Blau gespaltenem Schild vorne drei übereinander liegende blaue Hirschstangen. Hinten einen rot bezunken goldenen Löwen, der in seinen Pranken eine silberne helle Bade an rotem Stiel hält. Das Wappen wurde vom Innenministerium Baden-Württemberg am 24. Oktober 1963 verliehen. Die Hirschstangen waren Wappen-Symbole der Herren von Nellenburg, deren Sitz in Stockach war. Die Blasonierung wurde dem Wappen der Grafen von Weringen entlehnt. Der Löwe entstammt dem Wappen der Herren von Zimmern, welche die Herrschaft über das Gebiet um Messkirch inne hatten. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr durch das Kreisgebiet führte keine Bundesautobahn. Daher wurde der Kreis nur durch die Bundesstraßen 31, 14, 313 und mehrere Kreisstraßen erschlossen. Städte und Gemeinden Zum Landkreis Stockach gehörten ab 1936 1939 und 30. zunächst 59 Gemeinden, davon drei Städte. Am 7. März 1968 stellte der Landtag von Baden-Württemberg die Weichen für eine Gemeindereform. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden war es möglich, dass sich kleinere Gemeinden freiwillig zu größeren Gemeinden vereinigen konnten. Den Anfang im Landkreis Stockach machten am 1. Juli 1972 die Gemeinden Hintellwangen und Wichs, die sich mit der Stadt Stockach bzw. mit der Gemeinde Steißlingern vereinigten. In der Folgezeit reduzierte sich die Zahl der Gemeinden stetig, bis der Landkreis Stockach schließlich 1973 aufgelöst wurde. Die größte Gemeinde des Landkreises war die Kreisstadt Stockach. Die kleinste Gemeinde war Schwackenreute. In der Tabelle stehen die Gemeinden des Landkreises Stockach vor der Gemeindereform. Die Einwohnerangaben beziehen sich auf die Volkszählungsergebnisse in den Jahren 1961 und 1970. Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen STO zugewiesen. Es wurde bis zum 31. Dezember 1972 ausgegeben. Kfz-Kennzeichen Am 10. Juli